Unser Cinemagic der Woche. Wenn die neue Freundin deines Vaters nicht auf deiner Wellenlänge liegt, ich werde deinen Vater in zwei Wochen heiraten, ob es dir passt oder nicht. Und du durch Zufall deine Zwillingsschwester triffst. Wie alt bist du? Ich werde am 11. Oktober 12. Das gibt's doch nicht. Ich auch. Wahnsinn. Macht es doppelt so viel Spaß, sie loszuwerden. Die Cinemagic Premiere. Ein Zwilling kommt selten allein. Morgen 15.30 Uhr. Auch in HD.